Gold gibt es auch so noch fünf Gold liegen das bedeutet wir könnten darauf gehen ich habe nichts zu verlieren obwohl nie das war doch ich komme jetzt von Deckung zu Deckung Scheiß drauf immer bitte wieder auf Hafer weil ich habe das meiste Leben solche einfach die aufgehend ich hatte die Lage brennt man ich habe das nur alles man brennt wirklich zu Tode Adi Glocken er ich habe einmal nicht auch kein wasser im netter platzieren aber löscht es dich neun weiter das Ding ist richtig nah können wir das treffen können es uns treffen das kann ich treffe ich hab ne Idee von oben ich bin da fast reingelaufen ich hab Schiff mit Steuerung verwechselt geht man könnte das Schlag mal ich hab wasser aber ich hab wasser aber okay du hast es explodiert alles gut alles gut haben wir was bekommen wie lange hast du gebrannt ich schulange ich hab nur drei durchs Leben ich hatte 63 es ist hoch geflogen ich hab ne ich hab ne rote oh nice 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 wir müssen weg wir müssen einfach weg Ben kriegt jetzt einfach ein Apfel und da ist alles gut ne komm ich hab den gebrannt okay wir müssen jetzt einfach weg wir kommen hier raus wir müssen in die Richtung ja hat sich jemand hat sich jemand gemerkt wo das Ding ist unser Portal nein aber wir haben doch mal diese Kabeldinger naja aber wir müssen jetzt mal rauskommen zur Not kann ich im Video gucken weil ich öfter mal die Koordinaten aufgerufen habe kann ich die eben gucken ich hab die durchgekauft okay ja das dann aber ich mach mal eben alt als zehn geht das noch auf verkleinern an Alter das Schlag durchgegenwärtig ich hab das Spiel minimiert auch da schlägt ne ne ok jetzt und jetzt entwickelt ich hab das Spiel minimiert ja ja das sagen sie ja egal jetzt kommt hier baut zu und rein ja das sieht mir leid ich baue mich jetzt hier von oben darunter wir haben doch mehr als zwei Gold Appel oder? nein wir haben nur eins ich gebe die mal 5,6,7,8,9,10 ich gebe die das Gold weil ich weniger Leben hab hinter dir 6 Gold da dann haben wir 11 Gold insgesamt man kriegt Damage wow bei was äh wenn man hier runterfällt würde ok chill ich muss mir kurz in die Ecke stellen alter Vater ich mach dir den Weg gleich wieder da alter Vater Philipp ist auf K ne ich bin nicht auf K ich stell mich hier nur in die Ecke weil ich Angst hab ich lass euch mal machen ich lass euch mal machen ich lass euch mal machen Wärts willst du leben? ich Entweder von du bist direkt genießt oder du bist gestorben oder auf K gegangen erstmal im TeamSpeaker warte mal warte mal hier hier ist die Treppe wo wir glaube ich die Dinge zer haben warte mal ja hier ist die Treppe wir könnten da einfach durchrennen was für eine Treppe also wenn du hier lang geht rechts da hat diese Treppe runtergegangen sind und da müssten wir dann hoch gehen ich glaube wir müssen einfach hoch und gerade aus ja müssen wir ja mal bis er wieder da ist ja ich meine ich ja danach jetzt stell dich nicht vor mich ich hab das Spiel grad minimiert ich such grad unseren Channel da ja okay du ich hör die Lohen doch hier so rumsterben glaubst du dir bestimmt noch nicht ein Gebot Ups sagst du wirklich noch mal was? lass mal sneaken ja lass mal sagen wir sind schon weg ja ja doch das klappt ja ja wenn sie nur kein ding jetzt getroppt hätte werden wir jetzt wahrscheinlich tun da wir einiges lag wo bist du bestimmt für seine nicht hat am rumkreischen und so hier ich habe noch dort ist keine ahnung okay ich habe zwei gold rüstung für 6 gold kann man die gold rüstung zu gold verarbeiten glaube ich nicht aber ich habe noch gesagt wir brauchen goldene karotten und viecher zu vermehren das brauchen wir nicht wir brauchen glaube ich weizen oder brote äpfel können damit können wir pferde hätten das zehn und gold hast du die doch in den doch den reit ist oder stimmt aber das geht halt besser wenn man die damit hüttert okay dann kriegen die zu vertrauen ich habe einfach durch den 60er für es ob ich jetzt schädert oder nicht wie wir sind schon weggegangen auf dem jahr also du musst dich einfach nur freibudeln und dann musst du nur die Treppe lang brennen und wenn die Treppe die ich jetzt sich da runtergehen oder ja anrufen das ja wie sich denn da runtergegangen und ich brennst du denn ich werde wahrscheinlich drauf gehen okay was hast du gemacht vielleicht wird immer noch hier oben da unten ist ne lobe okay wie viel leben haben ich habe 28 leben alles klar du kriegst auf ihn für den apfel ähm soll ich einfach vor ach ne warte mal die sehen uns irgendwie die haben uns so ähm am visier so weißt du da stand da unten ne da war ein loch der steht 30 km weit entfernt und trifft mich macht so keinen sinn also wir könnten hier die wo ich war und warte mein herz ist gerade so am rasen ne warte ich fand ich habe drei leben ich werde wahrscheinlich drauf gehen ich habe dreieinhalb warte ist alles gut ich habe fast ich habe sechs ich habe sechs an halb ich habe sieben ich habe sieben das hat mich geschlagen jetzt habe ich gebrannt das war wegen minimierung weil ich alt ja was du minimierst du auch hier ist doch die treppe oder hier rechts von uns ähm hier ist unser gang ja wenn du willst kannst du vor ich geh vor obwohl ne du musst vor gehen Adrian sind denn da oben lohnt oder was ist vor also ich hab da nichts gesehen aber springen wir so hier ist nix ich geh nach hinten dass du gucken kannst Moment wir sind da hinten da ist nichts wo müssen wir denn lag hat sich jemand irgendwie irgendwie wir müssen glaube ich hier lang oder da ist ne kiste da waren wir nein eiserne und noch ein sattel wir haben drei sattel war wir hier nicht schon nein hier waren wir noch nicht müssen wir nicht die treppe runter ja oder ne wir müssen noch ne treppe doch wir sind doch die treppe hier äh warte mal warte mal hier ist so ne treppe wo die Dinge weggefahren sind äh doch ne warte ich seh da glaub ich seh da bitte ist das Lohen oder ist das Lava das ist Lava ich dachte auch das da ist ne Kiste mach auf mal hin geh mal hin da ist dahint ist noch ne Kiste 3 äh 3 Gold und ne schnägerwarzen wir laufen einfach so unsicher hier lang nur um Kissen zu bekommen 2 Gold und ein Goldschwert ja ok hier ist in dieser Kasse so äh lass mal nicht mehr rennen wieviel essen haben wir noch ich hab gar nicht ich hab keins mehr ja ich hab nur noch eins dann müssen wir jetzt laufen ok und ich bin gleich warte wir können das Pilzsuppe machen Pilzsuppe dort könnte unsere letzte Reise werden Kirsten war unsere letzte Reise bin ich mir sogar sicher wo sind wir hergekommen mann wollen uns hochbauen von der Nernerfassung her einfach rausbauen da ist ein Ding jetzt geht komm 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 zu mir ich baue ich bau zu ich bin drüber ich bin drüber habe ich gesagt ok 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 also er wird sagen wir geht da lang warte kurz ich mach Alter hier ist doch gar keins oh doch das ist dahinten warte kann man das nicht durch diese Öffnung durchschlagen äh ja kann man aber komm her du dreckiges oh es hat mich geanvisiert pass auf dass das Vieh dich nicht schlägt das kann auch da durchschlagen mach das lieber zu wollen wir uns nicht einfach alles zu dritt schlagen wir machen so die ähm zwei Blockdinger auf das macht das unterste auf das kann doch nicht das unter durchschlagen oder das ist weil ich mach mal das untere auf ich kann schlagen ist kaputt nein da und ne keine ne keine hier er ist muss einfach lang gehen wo das Vieh herkommt hat jemand noch äh braune Pilze ne ne da war es aber Junge wir haben jetzt gerade nether wir können uns jetzt Tränke machen wir brauchen noch Melonen ach scheiße ne fuck ich hör noch eins da oben wird noch eins sein ich glaub rechts ist das naja was denn das gelett wie weit ist denn das weg ich hab fast gar kein wir müssen hier raus ohne Spaß ich hab fast keinen Hunger mehr ich hab noch drei ich hab drei Hungerballen warte 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 bleib stehen bleib stehen nicht vorgehen nicht hier sind braune Pilze wir können uns richtig viele Suppen machen ich brauch nur noch rote Pilze also ich hab zwei rote Pilze da ist die vierte Boden zu gebaut da ist gar kein Sammer da war ein da baut es sich ab und zu überlegen hoch oder ja das da hoch war sie gut aus hier sind wir hergekommen hier ich hab's gefunden dass das meine Fackeln kommt wo 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 nicht rennt Philipp ich hab essen hast du noch essen ich hab so Bowls ich kann ich kann dir eine Suppe abgeben oh ja das wäre hart auch mal geil danke bitte ich hab aber bringt das 3 ne wir sind trotzdem zweinhalb oder so das bringt 4 3 Bricker wir müssen hier raus einfach nur raus ich hab 8 Gold nein ich hab 3 Gold ich glaub ihr kämpfen geist ich kenne kein Geist wenn nicht dann lass mich vorreng ich geh safe safe wir müssen einfach nur rennen äh leck alter ja leck 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 lass mal jeder jetzt was essen sein letztes Essen was man hat das sind rote Pilze hab ich hier sind rot Pilze ja aber wir brauchen die auch noch zum braun oder so ne ich hab braun die das fermentiert das Spinnenauge ja das können wir ja irgendwie irgendwann später machen ach du Scheiße das sind zwei Geister wir müssen an einem Geist vorbei komm ich mach das leck mich am Arsch der unten ist es der unten leck mich am Arsch wir haben so ein Pech ne leck mir am Arsch es ist rechts neben euch Philipp es ist da oben rechts werf es mit Eiern ab ja auf jeden Fall das schießt ja das schießt gar nicht ey man sieht das ja am Face wenn das schießt wo ist das dann da machen wir immer diese komische Augen das ist da unten lass einfach rennen wenn ihr nicht rennt ich renne vor NP okay ich hab's geschafft ich auch es ist da hinten es ist genau vor uns wenn es jetzt auf euch schießt kriegt das auf da ist noch eins da ist noch zwei ich hab kein Essen mehr ich hab was abbekommen oh mein wir werden drauf gehen wir werden alle drauf oh mein Gott ich hab zwei Leben ich hab auch was abbekommen ich hab zweieinhalb ich hab mich verkämpft wo seid ihr ich auch ich auch ich auch ich hab mich auch verkämpft ich hab kein Essen mehr Philipp ich auch nicht ich auch ich auch obwohl ich kann ich hab keiner auf die Kürze nicht dass wir unseren Namen sehen ja ich seh ich seh das Lenderportal ist noch gleich daneben oder ja aber wenn du da reingehst bist musst du stehen dann schießen wir dich ab sei denn du kannst da Kabel hinbauen ich hab kein mehr okay ich hab ich oh mein Gott was 17% bin ja Philipp komm mal bitte zu mir ich hab kein Essen mehr ja hast du rote Pils ne ja ich hab rote Pils ne vielleicht bin da über dem Stück mal bitte was abgeben ich muss mich essen ja ja warte ich ich bauch hier jetzt ein ah jetzt wird diese Spannung leckt mich am Arsch ich wusste nicht dass Minecraft so spannend oh ich bin tot ich bin hast du die Akku gemacht nein das ist einfach da reingesprungen und dann hab ich auch's geflecht geschlagen und nein scheiße ja das war's für mich an dieser Stelle ja ja dann bedanke ich mich dass du mich gemacht hast ja ja scheiße ach man genau im netter man ich da sind Philips da sind Philips Sachen ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ich bin hart am Porn 3 Leben 2 leck mich am Arsch ja ich bin hinter dir ich bin hinter dir ah die hinter dir das sind Philips Sachen wollen wir die nicht nehmen ja wo sind die denn da im Loch beim Schwein da das Schweine ja lass mich mal bei ihm gucken ich glaub die Schweine sind auf euch angeguckt also ja warte ich gedenken ich hab weniger Leben ich probier's wenn ich sterbe sterbe ich ja toll okay das ist ne Öffnung das ist nicht cool ja ach scheiße Philips Sachen wir gehen jetzt einfach ins Netherportal ja das werden wir nicht schaffen wieso nicht weil die Geile können wir uns nicht da theoretisch hinbauen ja einsaprizi auf jeden Fall Alien einsaprizi ey wir rennen auch so wie die bescheuerten hier rum alter fuck man boah ne ah den sag mir mal bitte wo die Sachen sind ja genau da am Loch genau vorne da liegen sie alles schnell doch diesen Bordens in allem noch Essen ach du Scheiße da sind die ja 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 ich hab noch zwei Leben und drei Essen von da sterb ich gleich ja gut dann äh ja gut dann äh fiel ich mich für Spaß noch und äh ah hau rein ja bis dann ja 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 ja